Hallo, heiße Natalia Mohr. Ich komme aus Bremen und bin eigentlich ganz unvoreingenommen in dieses Seminar gekommen. Ich habe Ayla vor einem Monat kennengelernt bei einem Kongress und war sofort angetan von ihrer Kraft, von der Natürlichkeit und bin sehr, 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 sehr froh, dass ich hier bin. Ich bin auch angekommen, also wirklich nicht nur hier angekommen. Ich darf nicht nur hier angekommen, sondern auch als wir in dem Seminar durch das Seminar die Zeit stehen geblieben und als müsste ich nicht mehr laufen, sondern könnte einfach, kann einfach in mir zu Hause sein, angekommen sein und wirklich mit dieser neuen Kraft, mit diesen fünf Seelen, mit, ja, einfach meinem Weg. Und alle die Rituale haben mir geholfen, also ob das der Tanz ist, ob das das Feuerritual, die Karten und vor allem gegen die wunderschönen Frauen, alle ganz herzlich geerdet, kraftvoll, liebevoll, also wow. Ja, vielen, vielen Dank Ayla. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.